Hallo zusammen und herzlich Willkommen zur 214. Folge von Let's Play und die 2.9 bis im Natum in Wieser. Wir sind zurück von der Themenwoche Arlheim-Narmusbach updated und fahren jetzt die Linie 28. Wir fahren vom Campus Donnummerberg. Wir fahren vom Campus Donnummerberg nach der Parkstraße. Wir fahren zwischen 45 bis 50 Minuten. Unser Fahrzeug ist der Neoplan M116-3HL Facelift Automatik. Wir fahren in Ecula ins B-Paint Gersbeter in Stuttgart. Das Weg nennt wir fahren jetzt auch direkt los. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Fahrt und gute Unterhaltung. Wir fahren dann wieder mit dem Atem. Und dann geht's in der Mitte. Wir fahren jetzt wieder auf der Linie 28. Sehr geehrte Fahrgäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich auf der Linie 28. Sie führen vom Campus der Noberberg nach der Parkstraße. Mein Name ist Julian Rieser, ich bin heute mit der geschätzten Busfahrung, aber das ist sicher ein Fahrzeug über schöne regnerische Ahrlein- und Laufsfahrten mit Leiden. Falls Sie Fragen oder Anhelden haben, können Sie gerne jederzeit zu mir befreundet, um das Bischiechen und das Busfahrer jederzeit gerne zur Verfügung. Aber bitte nerven Sie mich nicht, wenn man irgendwer fragen. Dankeschön. Jetzt bin ich sicher nicht in der Fahrtaufbahn, wenn die Fahrtaufbahn aufsteigt ist. Und in diesem muss ich die Flächen anfangen, wenn man nicht mit der Zaunschau ist. Aufsteigen und aufsteigen. Ich bin dann gescheitert. Alle lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe euch alle da draußen geht soweit und mir geht es auch umsprechend gut, kann mich nicht beklagen. Gestern im Kegeltraining war es auch gut gewesen, ich hab ja dieses Jahr Durchgänge von 2 oder der Wofensprobes der Aufrennung. Dann habe ich noch mit einem Kegel-Kollegen von uns noch trainiert, abends sind noch mein Cousin gekommen. Dann bin ich abends um halb zehn bin ich dann nach Hause gekommen, heute Abend geht es dann wieder ins Kegeltraining, dann gehe ich mit meiner Mama und meiner Mutter ins Kegeltraining. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Morgen, mein Fried. Morgen. Ach, smart. Jetzt wetscht dein Meer. Hallo. 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 Alice. Hallo, alles. Hallam. Einen normalen Fahrerschein bitte. Dankeschön. Hallo. Dankeschön. 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 Danke. 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 Ich lege jetzt die Taten. Okay. Morgen. Morgen. Ja. Dann, man kann den Bussen vorne ansteigen. Einsteigen geht hier noch. Das ist hier vorne. Das ist jetzt so. Wenn keiniges Vetter ist, geht's gerade aus. Jetzt können wir schon die Farbe in der Zeichenrichtung. Das ist Abland. Überstrahlsee. Das ist der Platz. 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 Der Platz. Der Platz. Das ist der Platz. Der Platz. Der Platz. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Guten Tag Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Guten Morgen Guten Tag Guten Tag Guten Tag Ich hätte gerne eine Tageskaffe Aber gut, alles gut Aber kurz Eine Minute Und habe nur einen Verflügungssprach vor One Sekunden, der wir hier schon sehen können, der wir hier zu sehen können, der wir hier auch noch nicht tun können, das ist normal Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hi. Hi. Ah, jetzt ist es. Ah, jetzt ist es. Ah, jetzt ist es. Ah, jetzt ist es. Morgen. 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 Oh, jetzt ist es. Okay. 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 Guten Tag. Guten Tag. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Guten Tag. Hi. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Machen wir jetzt. 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 Tschüssi Kowski! Bum 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 Das war unser Bus-Internetplan N163HL Facelift Automatik